Freunde hier ist wieder euer Faxi, ihr findet die Fehler, zweiter Let's Play und ja, ich starte jetzt einfach mal gucken ob wir hier weiterkommen, ob ich weitere Fehler finden tue, auch wenn das erste Video so gut wie gar nicht ankam aber nun ja, komm mal, hier haben wir auf jeden Fall das gelbe Kissen, was fehlt, hier fehlt ein Buch so, das war schnell erledigt, hier fehlt sogar noch ein Bild, das war Nummer 3, wo sind die nächsten Fehler gib mir den Fehler, 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 die Lampe, die ist gut, Obst und Gemüse scheint ja alles gut zu sein die Blumenbasis auch gut, Körbisse sind gut, Kaffeebecher, fehlt sogar eins, das war Nummer 4, zwei Stück noch zwei Stück noch, sechs Unterschiede sind es diesmal, Schatten, guck mal, hier unten, hier unten ist noch ein Fehler diesmal komme ich ja sehr gut vorwärts, einer fehlt noch, ein einziger noch und das ist der Baum da können wir doch gleich die nächste Runde antreten, wa? das ging doch flott 55 Sekunden, gar nicht mal so schlecht gelaufen wollen wir mal gucken wie, keine Bewertung, war ich so schlecht? so, hier haben wir den Kissen, hier haben wir das Bild, was anders ist was haben wir da, das Kuchen ist richtig, der Globus wurde als Bücher ersetzt ah, bestimmt auch was am Fenster, richtig, so langsam kriegen wir den Dreh raus die Pflanze hier oben und da fehlt noch einer vielleicht was am Sofa oder Teppich, nein, der Tisch ist auch gut am Sofa liegt ein Buch, bestimmt hier unten was in der Ecke ja, guck mal, die Bücher sind gestapelt und die nicht, das war wieder die nächste Runde ich kriege eine Medaille, klasse die nächste Ebene, das geht ja hier ratzifatz eine Ebene zu der anderen, hier habe ich einen Fehler entdeckt die Wolken sind klar, die hat einen Zopf, die guckt raus, die Trinkflasche ist da der eine spielt Handy, tue ich auch gerade und die andere schläft, aber da fehlt was am Laptop, oh, es sind nur vier Fehler drin, wie ich gerade sehe die Schuhe sind so, die Beine sind so er guckt da, er sagt, oh, die Haare sind klar und deutlich, Berge, 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 Baum, 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 hier fällt ein Baum, hier fällt ein Baum, hier fällt ein Baum, eine Sache noch, das wird bestimmt oben rechts in der Ecke sein, richtig, ich habe mir das immer so, wo was frei ist, auch hier habe ich einen Punkt rausgeholt und jetzt kommt Werbung bin einer BH, nö, ne so, was haben wir, oh, jetzt sind hier viele Fehler okay, das Bild ist da Stopp ist da Auto, Auto, Bus hat, hat, hat hier sind die Leute fehlen hier das ist Nummer 1 School, school die Schule ist da, irgendwas bestimmt an den Bäumchen oder Haus auf die Schnelle nichts zu entdecken, aber die Wolke über den Wolken muss die Freiheit wo kannst du, hier fehlt eine Person die ist weg und hier fehlt eine Linie, die ist weg ah, guck dir das an das läuft wo sind die nächsten Fehler Fenster, Fenster, ja, hier, Fenster ich war gerade am Fenster gucken, zwei Fehler noch, zwei Fehler noch, zwei Fehler noch, irgendwo muss links in der Ecke garantiert auch noch was sein Schatten, Schatten, Schatten Gras, Gras, Gras Weg, Weg, da, guck mal links, ein bisschen wenigstens links so, und dann fehlt noch eine Sache, die Häuser hier, und fertig geil geiler Tonträger super, super, super eins mache ich noch hier ist die Schublade hier ist die Vase hier ist was Blaues und wie geht's weiter, wie geht's weiter hier ist der Tischbein jetzt soll ich noch einen, soll ich noch einen einen mache ich noch okay, überredet Leute überredet, überredet eins mache ich noch das ging ja so, fast fast die Uhrzeit stimmt, die Lampe hängt das Globus ist da hier, wir haben zwei Controller statt nur ein ähm der Junge hat bei den einen was auf dem T-Shirt der andere wieder nicht der Ball fehlt ähm die Stuhlinie fehlt da was die Rollen sind na gut gut Kaffeebecher stimmt auch die Bücher die stehen ja aber hier oben fehlt noch ein bisschen Buch und damit habe ich das fertig erreicht na lief doch ganz gut oder Freunde was sag ihr dazu da bleiben noch 771 Bilder zu überprüfen die dann zu schauen immer daran den bitteln ich fix sondern dom proxies und game over